Er lässt sich herzlich bedanken, es hat wirklich sehr gut getan. Wir kommen jetzt aber zueinander zum Töckspot. Wir haben heute Top-Leute bei uns. Die vergangenen Saison hat die Beheulung passiert. Top-Leute, sie sind heute bei uns. Sogar mit Töcklinge gesehen, wie geht es Ihnen? Ja, gut, mit Hegel umsperren ist ein bisschen ein Problem. Ich war in der Leanne, als ich in der Giga war. Und dann habe ich die Töcklisch gesehen, und ich habe den Perl geklaut. Aber jetzt, was ich sehe, noch einmal die ganzen Klaaszeichen. Top-Leute, die vergangenen Saison, um kurz darauf zu sprechen zu kommen. Sie ist nicht ganz der Wunsch von Alfa. Sie hat ja gesagt, sie wollen Weltmeister werden. Das Ziel hat sie ganz klar verfällt. Ist das so? Ja, es ist ein bisschen trotz der letzten Saison. Ich bin heute zu München erreicht, und ich bin jetzt auch geschifft, zum Teil, wie man dann gut behandelt ist. Und ja, es ist nicht alle Kacke an. Also, wie man es gehört hat, wenn ich noch mehr in der Saison von der Musik bin. Ja, ja. Ja, ja. Wo willst du sicherer Zentrum der anderen, wo ich mehr treffe in der Karriere? Ja, ja. Ja. Ja, sie sehen jetzt, es ist die Mächte in der nächsten Saison. Ganz klar. Was sind die Ziele von der nächsten Saison? Ja. Ich habe einen guten behalten Eisser. Oder ich habe das Benzin im Blut. Ja, ja. Wie das so schön sagt. Ja, ich habe einen vollen Taten dran. Bitte in der nächsten Saison sicherlich wieder angreifen. Stefan Prahl wird die Sichten verdrängen. Ich habe vorhin sowieso nicht mehr gute Maschinen umgerufen für die nächste Saison. Ich schon. Ich bin absolut optimistisch. Ja, optimistisch fühlen Sie auch. Sie haben die Top-Müte. Sie werden auch richtig. Ganz klar, die Schweiz erwartet etwas von Ihnen. Und zu diesem Thema, zum Thema Optimation, haben wir eine kleine Beitrage vorbereiten. Top-Müte. Bitte, viel Spass. Geht euch an.